Hallo OpenMind! Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4. Ich bin der berühmteste PS4 Zocker auf dieser Erde. YouTube Gamescom... Egal! OpenMind hat geantwortet und dieser Drogen YouTuber mit glaube ich weiß ich nicht wieviel Abonnenten der hat, ist mir auch egal 100.000 oder so, hat mein Video kommentiert und mich interessiert es eigentlich nicht. Er hat null einzig gezeigt, ich habe kein Respekt vor Leuten, die Drogen konsumieren. Also für mich ist das auf jeden Fall einer, der versucht mit Drogen irgendwie mehr Spaß zu haben vielleicht. So kommt es mir vor. Er konsumiert Drogen vielleicht um den Glücksmoment noch zu erhöhen. Normalerweise hast du, hat man Glück. So jetzt ich bin mega glücklich und wenn ich Drogen nehme, bin ich zehnmal glücklich. So kommt es mir vor, das ist glaube ich der Grund, warum er Drogen nimmt. Und er hat wahrscheinlich auch viele Freunde, die Drogen nehmen. Ey komm wir nehmen mal MDMA, komm wir nehmen mal Zylokoplinpilze, komm wir nehmen mal dieses Zeug und das, und das verbindet und ja toll Digga! Du weißt doch ganz genau, dass das absolut krebserregend ist. Dein Herz wird geschädigt. Auch wenn man äußerlich keinen Verfall hat, hat man einen Verfall. Und das blendest du einfach weg. Aber du wirst auch noch deine Erfahrungen machen, dass Drogen scheiße sind. Aber gut, dir kann man halt einfach nicht helfen. Du hast wahrscheinlich einen hohen Bildungsstand, das will ich gar nicht jetzt mal wegstreiten, so wie du kommentierst, so wie du schreibst, was du sagst. Das ist gar nicht mal so dumm und du machst dir alles durch die Drogen kaputt. Verstehe ich nicht. Digga, Open Mind, mit dir werde ich keine Projekte starten. Das ist ganz klar. YouTube Gamescom auf der PS4 startet mit dir keine Projekte. Das hast du jetzt davon. Ich hoffe, das wird dir eine Lehre sein, dass ich mit dir keine Projekte starten werde. Du kannst mit anderen Leuten Projekte starten, aber ich werde mit dir kein Projekt starten, Digga. Das wolltest du doch mit mir ein Projekt starten, Alter. Niemals, Digga. YouTube Gamescom, Alter. Perfekt. Ciao.